Ist die Kriminalität durch Zuwanderung von Flüchtlingen gestiegen? Keine leicht zu beantwortende Frage. Erst seit gut zwei Jahren werden in Niedersachsen Flüchtlinge als Täter und Opfer statistisch besonders erfasst. Diese Daten haben die Wissenschaftler nun in ihrer Studie ausgewertet, speziell mit Blick auf Gewalttaten. Allgemein sind diese von 2007 bis 2014 um 22 Prozent zurückgegangen. Von 2015 bis 2016 wurden es aber wieder mehr Gewalttaten, ein Anstieg von 10 Prozent. Die Studie führt diesen Anstieg größtenteils auf Zuwanderung zurück. Doch es gibt deutliche Unterschiede. Aus den Maghreb-Staaten in Nordafrika kommt nur ein Prozent der Flüchtlinge. Sie sind aber verantwortlich für 17 Prozent der Gewalttaten von Flüchtlingen, überproportional viele. Aus den Kriegsländern Syrien, Irak und Afghanistan kommen 55 Prozent der Flüchtlinge. Sie verübten aber nur 35 Prozent der Gewalttaten von Flüchtlingen, ein nur unterproportionaler Anteil. Und die Zahlen sind mit Vorsicht zu verwenden, wegen des sogenannten Anzeigeverhaltens. Straftaten von Ausländern werden doppelt so häufig angezeigt wie die von Inländern. Ausländer hingegen verzichten häufig auf eine Anzeige gegen Inländer. Und unter Flüchtlingen gibt es viele junge Männer. Eine Gruppe, die unabhängig von ihrer Herkunft häufiger Straftaten begeht. Bestes Gegenmittel wäre mehr Integration, sagt der Flüchtlingsrat. Unabhängig davon, ob man Befürworter einer harten Abschiebepolitik ist oder nicht. Es ist Fakt, dass viele dieser Menschen hierbleiben werden. Und da ist es überhaupt nicht sinnvoll, sie lange von Fördermaßnahmen außen vor zu halten. Sondern im Gegenteil, früh anzusetzen, damit eben die Leute, die jungen Leute hier eine Perspektive haben. Eine Perspektive, damit sie auch untereinander nicht gewalttätig werden. Zwei Drittel der Opfer von Flüchtlingskriminalität, so die Studie, sind selbst Flüchtling. Einer der Autoren der Studie ist der ehemalige Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Prof. Christian Pfeiffer. Schönen guten Abend, Herr Pfeiffer. Wir haben gelernt, mehr Kriminalität durch Flüchtlinge, ja, aber nicht von allen. Vor allem junge Männer aus Nordafrika sind überproportional die Täter. Wie erklären Sie sich das, dass die Herkunft dabei so eine Rolle spielt? Die Nordafrikaner bekommen sofort gesagt nach der Ankunft, euch wollen wir ja eigentlich gar nicht, ihr habt hier keine Chance zu bleiben. Wir wollen die Kriegsflüchtlinge fördern, aber nicht die Armutsflüchtlinge aus allen Ländern. Und dann sind die hoch frustriert und verhalten sich fast so, wie sie es in Köln angefangen haben, bei der Silvesternacht vor zwei Jahren. Völlig anders die, die mit Perspektiven ausgestattet sind, die Kriegsflüchtlinge, beispielsweise nur 16 Prozent der Raubtaten von ihnen, obwohl sie 54 Prozent der Flüchtlinge sind. Das heißt, junge nordafrikanische Männer sind eben überproportional vertreten. Nun können wir ja nicht allen von denen eben eine Bleibeperspektive geben. Ist also womöglich eine schnelle Abschiebung die Lösung? Wir hatten letztes Jahr 327.000 rote Karten für Flüchtlinge. Ihr kriegt kein Asyl. Aber nur 21.000 konnten wir abschieben. Nein, ich glaube nicht, dass die Abschiebung die Lösung ist, sondern ein Riesenkraftakt. Eine große Rücktransportgeschichte. Eine freiwillige Rückkehr, die wir erleichtern, indem wir den Ländern, wo sie hingehören, Entwicklungshilfe bieten. Im großen Umfang, damit die dort Programme zur Wiedereingliederung dieser Flüchtlinge aufbauen können. Welche Summe schwebt Ihnen davor? Schon eine Milliarde, damit es richtig wirksam wird. Damit endlich eine Wandlung da ist. Und damit auch die jungen Menschen aus diesem Land in ihrem eigenen Land Perspektiven finden. Und nicht warten müssen, dass sie irgendwo dann doch nach Europa flüchten dürfen. Also Entwicklungshilfe als Präventionsmaßnahme. Sie haben ja die Zahlen aus Niedersachsen untersucht. Sind die repräsentativ oder läuft hier etwas besser oder schlechter als im Bundesvergleich? Etwas, was hier deutlich besser gelaufen ist, dass der Innenminister uns überhaupt diese Studie ermöglicht hat. Da kann man ja Angst vor haben. Er hatte den Mut zu sagen, macht ruhig mal, ich will es wissen. Und jetzt haben wir zum Dank dafür auch sehr aussagekräftige Daten, dank seiner Unterstützung. Ansonsten kam nichts Negatives für Niedersachsen heraus. Also weitgehend repräsentativ. Vielen Dank, Christian Pfeiffer. Danke Ihnen.